Erste Provence Erste Provence Ich begrüße euch ganz herzlich zum größten Konzert, das ich bisher spielen durfte, unter den schönsten Bedingungen, wie ich es bisher spielen durfte. Wir haben lange dafür gearbeitet, hier mal auftreten zu können und bis vor fünf Minuten haben diese zwei Jahre auf mir gelastet sozusagen. Und jetzt geht es endlich los und ich bin sehr erleichtert und ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, mit eurer Hilfe diesen Saal vollzubekommen. Das ist ein Wahnsinnsgefühl und Dankeschön. Ich habe noch einen Song für euch, dann ist das Konzert erstmal zu Ende. Und, äh, richtige Antwort, Dankeschön. Ihr seht ja, wir haben hier einen kleinen Extra-Bereich aufgebaut und es ist mein eigenes Piano, was ihr dort seht und es ist wahrscheinlich das wertloseste Klavier, was hier jemals auf der Bühne stand. Aber ich bespiele das jetzt, es ist in einem Stück zu Hause. Ich grüße euch mal einen schönen Weg nach Hause und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.